Hallo Leute, willkommen zurück zu Alice. Im letzten Part wussten wir mit Ansehen, wie unser Freund der Greif vom Chabawuki erledigt wurde. Der Chabawuki ist zerstört, aber die rote Königin wartet auf uns. Vermutlich. Oh, und gleich eine Ladesequenz, toll. Was königliche Schlacht folgt jetzt? Das klingt in meinen Ohren irgendwie so, so... Ich weiß nicht, so endgültig irgendwie, oder was meint ihr? Ja, wir werden es vermutlich gleich erfahren. Ganz, 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 ganz schnell. Oh mein Gott. Wo sind wir hier zum Teufel? Was zum? Okay, es gibt offenbar kein Zurück. Verstanden. Bis. Ah, die... Aha, die weißen Figuren. Unsere Verbündeten kämpfen für uns. Sehr schön. Aber das sind noch mehr Gegner. Und zwar da. Eine. Bam. Habe ich ihn erwischt? Was da? Oh, da kommen noch viel mehr. Da kommen noch viel, 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 viel mehr. Oh, fuck. Moment, Moment, Moment. Feuer. Nein, sie ist... Doch, doch, doch. Hat funktioniert. Hat funktioniert. So wollte ich das haben. Sekundärfunktion meines Springteufels. Bam. Ja, brennt alle. Ja, gut, einer steht noch. Aber auch nicht mehr lange. Ausgewichen und... Verdammt. Nein. 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 Geh weg. Geh weg. Du kannst sonst gar nichts mehr. Verstehst du? Du stehst alleine da. So. Unsere Freunde sind bei uns und werden uns helfen. Ihr könnt uns nicht mehr aufhalten. Auf unserer letzten Reise, auf unserer letzten Mission, in unserem letzten Kampf. So. Oder will noch irgendjemand Stress machen hier? Sieht nicht so aus. Aber das wird sich bestimmt gleich ändern. Wow. Oh, verdammte Kacke. Hier, spiel damit. Wow, das war perfekt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Feuer diesen Feuergegnern irgendetwas anhaben kann. Das sieht irgendwie gerade nicht so aus. Sieht irgendwie überhaupt nicht so aus. Okay, dann halt damit. Damit dürft ihr schnell kaputt sein. Ja, ja, ja. Funktioniert. Aber sie brennen schon mal nicht mehr. Das ist gut. Aber mit Eis gegen Lava, das erscheint mir irgendwie gerade am logischsten. Äh. Hallo. Sterb bitte. Danke. Gut. Muss ich jetzt nochmal gegen alle möglichen Gegnerarten kämpfen, oder was soll jetzt das? Meinetwegen. Kommt nur. Kommt nur her. Ich glaube, ich habe irgendwie keine Angst mehr vor... Ne, glaube ich vor... Keiner Art von Gegnern. Ja, pff. Kartengegner. Natürlich. Hier. Spielt damit. Nein. Wow. Wow. Ja, brennt nur. Brennt. Pff. Was wollt ihr? Oh, da kommt noch viel mehr. Kacke. Da kommt noch viel, 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 viel mehr. Hier. Au, das tat irgendwie weh. Macht nix. A-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Geh weg. Ja, erwischt. 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 Hallo, stirbt doch mal Danke So, alle erledigt Ich hab nicht mehr viel Energie Schnell alle Energie aufsammeln hier Bevor sie verschwindet So Mal zwischendurch speichern Und wieder meine Nummer 4 auswählen Ja, gegen viele Gegner Ist dieser Springteufel irgendwie total geil Gefällt mir Ja Ich bin gespannt Wer kommt jetzt Wer kommt jetzt? Bestimmt gleich solche Fluggegner Ja, die fehlen noch Ja Wo sind die nächsten? Ne, wieder solche Gegner Okay, weg hier Ahaha Ihr brennt, ihr brennt Au, ne, runterfallen Ah, ich hab einen erwischt Mit meinem Messer Und Wow, sie fallen wie die fliegen Hier, viel Spaß damit Ja Ja Ha Feuer Zack Eingetroffen Und sie verbrennen einfach Licht Hallo hier Na gut, ihr lebt noch Ihr lebt noch Ist nicht so cool, aber Ist mir jetzt grad egal Los, meine kleinen Spielzeuge Schnappt ihn euch Au Das Das tat weh Das tat weh Verdammt Weg da Oh, das war's schon Gut, ihr haltet gar nicht mehr aus Alice ist so dermaßen mächtig Niemand kann ihm mehr was anhaben So, speichern Ja, das muss dann doch immer wieder sein Ah, da oben sehe ich einen Ein Dämonen Alice Äh, Dingens Ja Aber Ne, da will ich jetzt nicht hoch Da will ich jetzt nicht hoch Ich bin gerade so dermaßen übermächtig Ich brauch gar nichts mehr So, wo sind die nächsten Gegner Wo sind die nächsten Gegner Hinter mir Ne Wow Wow Verdammte Kacke Wow, mein Herz Ich hab sie nicht gesehen Und plötzlich sind sie alle da Scheiße Wow Wow Los Holt ihn euch Äh Irgendwie war jetzt das ein Satz mit X Kann das sein? Mann Verpiss dich jetzt War, wie die plötzlich einfach alle da waren Ups Jetzt hab ich ihn einfach in die Lava Ja, hallo Wie viele denn noch, bitte? Feuer Ja, der war gut Der hat gepasst Der war sogar perfekt, würde ich sagen Ja, verbrennt nur Da kommen immer mehr Da kommen immer mehr Feuer Ja gut, wenn da immer mehr kommen, dann Meinetwegen halt noch so ein Würfel Nein, das war Kacke Au, 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 au Ja, Mensch Ist doch mal gut hier Wie viele denn noch? Es kommen wirklich immer mehr Okay, es kommen wirklich immer mehr Meinetwegen Meinetwegen Wenn ihr so haben wollt, dann bitte sehr Dann bitte sehr Bitte sehr Stirbt alle Stirbt alle Ja, ist mir egal Ich kill euch alle So Nein, noch einer Noch einer Stirb Du kannst gar nichts gegen unseren mächtigen Stab Der Gegen unseren mächtigen Stab der Macht So Wir haben ein bisschen Federn gelassen Aber wir sind eigentlich gleich wieder voll Ja Da vorne sind noch mehr Da vorne sind noch mehr So Einmal da, da Hab ich jetzt nicht gesehen Wow Einfach mal gespeichert und zurückrennen Wow Du brennst nicht mal Warum brennst du nicht? Stirb Stirb So Hast du davon Wow Wie uns das Ding einfach auffüllt Wie geil ist das denn? Und da ist noch so ein Typ So Aufladen und Feuer Was willst du eigentlich von uns? So Niedergestreckt hier So Wir sind voll wieder Wir sind Wir sind Wow Wir kommen hier ohne Probleme Durch irgendwie Habe ich so gerade das Gefühl Aber ich habe ein bisschen Angst Ach Quatsch Was soll ich Angst haben? Alice und ich Wir machen sie alle Platz Aber dieser Eingang mit diesen Stacheln hier Das sieht irgendwie Verdammt bedrohlich Aus Scheisse Himmelfahrt Ja das klingt Ja das klingt super Oh mein Gott Das klingt noch endgültiger als das zuvor Kacke Was kommt denn jetzt? Im Reich der Königin Oh Gott Ja komm Spiel Komm Es geht weiter Oh mein Gott Wie sieht das denn aus? Gut Gut Wir versuchen es Ich sehe noch keine Gegner Äh Warum ist da Energie? In diesem Ne das muss eine Art Stein sein da Oder kann ich Wo muss ich hin? Ich versuch's mal Hier Gegner Und die Musik Hört mal Und jetzt hört man es nicht mehr gut Aber so diese What the fuck What the fuck Nein diese Dieser 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 Chor Gesang So von Neben Ich finde ich irgendwie total cool So steht da oben So fährst du runter? Das wird irgendwie total nett Ne Kacke Wo bist du? Da waren noch Da waren noch zwei Ja da drüben Aber der sieht mich glaube ich momentan nicht Ne da sieht mich nicht Sind noch andere Wachen? Vermutlich ja Aber sie sehen mich noch nicht Gut Alles klar Der typische Energie Der Was macht der da? Erledigt der sich grad selber? Offenbar Hier Frisst das Wo ist der Würfel? Funktioniert der? Würfel? Irgendwie Nicht Mann die fallen alle runter Kacke nochmal Nehme ich halt Hier diese Spielzeuge hier Los schnappt ihn euch Mann Ist doch kacke hier Nein 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 Ich hab scheiß gebaut Nein 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 Ich brenne Ich sterbe Bums Laden So Hat niemand gesehen Oh Das auch nicht Was tue ich denn jetzt? Ich bin irgendwie total aus der Fassung So Jetzt aber Hier hoch gehen Umdrehen Shara Wookie Stab Aufladen Und Feuer. Feuer, stirbt doch mal. Danke. Au, die machen mir alle viel zu viel Schaden. So, hoch da jetzt. Ja, ich kann mit dieser Waffe irgendwie noch nicht so wirklich gut umgehen, habe ich festgestellt. Ich weiß nicht, weshalb. Sie ist zwar übelmächtig, ja, aber irgendwie... Ja. Ja, ja, der funktioniert, der funktioniert. Ah, ha, ha, brenne. Brenne jetzt, Teufel. Ja. Ja, jetzt. Der Kerl lebt immer noch. Was soll denn der Scheiß? Okay, hier, stirb. Stirb. Stirb jetzt. Kannte mir überhaupt irgendwas? Ja, er könnte. Ja, er könnte. Aber jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Und diese Energie kriege ich nicht. Scheiße. Aber das, den kriege ich. So, wohin jetzt? Wohin jetzt, bitte? Hä? Wohin jetzt? Ich habe gerade keine Ahnung. Echt. Ich gehe nochmal hier runter. Wo soll ich bitte hin? Ähm, da komme ich nicht. Wo, wohin? Wohin? Vielleicht hier unten entlang, irgendwie. Aber da komme ich ja eigentlich her. Ja, da hinten komme ich her. Ähm, was? Jetzt steht da... Wo kommt der her? Wo kommt der bitte her? Oder wo kommen die bitte her? Die waren vorher nicht da. Stirb. Gut gemacht, Alice. Sehr, sehr gut gemacht. Also, wenn neue Gegner waren, sind, habe ich irgendwie... Was ist das überhaupt? Das schwarze Ding hier. Sieht irgendwie komisch aus. Ja, wenn neue Gegner auftauchen, habe ich irgendwie nichts falsch gemacht, glaube ich. Weil es immer ein Anzeichen, dass man richtig geht. Äh, da, 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 da. Vorsicht. Hä, wohin soll ich denn gehen? Etwa, da komme ich her. Glaube ich zumindest. Ich muss irgendwie da hochkommen. Kann ich da was kaputt machen? Nee. Oder, oder, hier. Hier vielleicht. Hier sieht es so... Ja, wow, was für ein geheimer Weg das einfach nur ist. Oh, verdammte Kacke. Hallo, Typ. Feuer. Erwischt. Wow. Hoch da, hoch da, hoch da. Oder auch nicht. Äh, nee, der Feuerteufel ist in Ordnung. Ja. Er macht, er macht gute Dienste. Nochmal so ein Ding. Bitte. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja. Ha, ha, ha. Das Feuer hat guten Schaden gemacht. Jawohl. So, waren das alle? Wow, ein riesiges Skelett. Creepy Sache. Creepy Sache. Okay, ich wechsle wieder auf mein Messer. Dem vertraue ich irgendwie ein bisschen groß. Ich vertraue ihm groß. Ja, ist klar. Ich vertraue ihm ziemlich gut. Da sehe ich doch schon was. Weg da. Ja, ihr seid eben noch nicht stärker geworden. Da sind noch so ein Vier rum. Ich will, dass es kaputt geht. Ich sollte mich lieber um das hier kümmern. Wow. Ja, aber den anderen, denn da unten habe ich erwischt. So, komm her. Tschüss. So, tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Ihr kennt mir gar nichts hier. Wo zum Teufel bin ich? Also, ich muss hier unten lang. Das steht eigentlich fest. Ich sehe noch keine Gegner. Dann werde ich mal hier rüber springen. Mich umsehen. Ich sehe immer noch keine Gegner. Gut, dann hier. Dann kann ich hier hochgehen. Ja, dann ist da drüben ein Herz. Was ich nicht brauche im Moment. Weg da. Alles klar. Da drüben brennt noch so ein Vier rum. Komm her, komm her, komm her. Tschüss. Ha, ha, ha. Ja. Ist hier drüben der richtige Weg? Na, Moment mal kurz, bitte. Sorry, Leute. Ich musste kurz telefonieren. Und während dieser Zeit wurde ich angegriffen von so einem Kackvieh. So. Was soll denn der Rotz hier? Geht ja mal gar nicht. Aber ich bin wieder voll. Okay. Ja, musste kurz sein, weil ich bekomme wieder Möbel. Also, was heisst ich? Wir bekommen Möbel. Ha. So. Erstmal das Vier erledigen. Feuer. Äh. Feuer. Alice. Was ist jetzt los, Alice? Triff doch mal. Danke. Okay. Der ist erledigt. Nehmen wir mit. Und der Drache. Was ist mit dem? Der ist auch tot. Alles klar. Dann muss ich wo in diese Höhle. Ja, das passt. Okay, Leute. Aber ich glaube, was sagt die Zeit? Joa, ich glaube schon. Das war's für heute mit Alice. Ich werde hier speichern. Ich bedanke mich alle mehr fürs Zusehen und hoffe, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.